Am Freitag, den 13. Februar 2015, fand bei der Radecki Gedenkstätte in der Gemeinde Heldenberg die feierliche Angelobung des Einrückungstemins Jänner 2015 statt. Den Treueid leisteten Soldaten des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 aus Allensteig und Horn, des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 3 aus Mistelbach, des Panzerstabsbataillons 3 aus Montan und Weitra und der Flieger- und Fliegerabwehrschule aus Langenlebern. Mit dem Einmarsch der Grundwehrdiener bei der Radecki Gedenkstätte begann der Höhepunkt des Tages, die feierliche Angelobung, welche mit dem großen österreichischen Zapfenstreich endete. Nicht nur das Umfeld der Gedenkstätte bot für diese Veranstaltung einen äußerst würdigen Rahmen, sondern auch die Anwesenheit von zahlreichen Angehörigen und Freunden der Soldaten. In Vertretung des Landeshauptmannes von Niederösterreich durfte mein Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Sobotka begrüßen. Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Gerald Krug, und der Militärkommandant von Niederösterreich, Brigadier Rudolf Striedinger, erwiesen durch ihre Anwesenheit den anzugelobenden Rekruten ihren Respekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich gelobe, mein Vaterland, die Republik Österreich und sein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe, den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden Treue und Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich und genau zu befolgen und mit all meinen Kräften der Republik Österreich und dem österreichischen Volke zu dienen zu dienen zu dienen Und mit all meinen Kräften und dem göttlichen Vorgesetzten und dem gebeten vor allem das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020